Hallo liebe Leute, mein Name ist Peter und ihr guckt euch AVA Group Media an. Heute zeige ich euch diese Western Digital My Passport Wireless Pro externe Festplatte, die vollgestopft ist mit fantastischen Funktionen. Also legen wir mal los. Auf Wiedersehen. Also so sieht der Box von dieser Western Digital My Passport Wireless Pro externe Festplatte aus. Das ist ein 4TB Modell und er hat eine innere Batteriekapazität von 6400 mAh. Das heißt, wir können angeblich 10 Stunden lang den Gerät laufen lassen von seinem eigenen Akku. Standby Zeit, 10 Stunden, aber trotzdem extrem nützlich. Ich habe das gekauft, damit ich unterwegs meine Daten speichern kann, wenn ich zum Beispiel in Bowington auf der Tiger Day mal irgendwelche Aufnahmen mache mit meinen Kameras. Und so sieht er ausgepackt. Er hat einen SD-Slot hier an der Seite. Das heißt, wenn ich irgendwo mal aufgezeichnet habe, auf eine SD-Karte, ich stecke den SD-Karten einfach nur ein. Und nach Einstellung, er kopiert alles von der SD-Karte automatisch auf der 4TB Festplatte drauf. Oder ich muss diesen Knopf drücken und er startet den Kopiervorgang. Sonst zeigt dieser Knopf den Batteriestand an und wir haben noch einen USB-A Anschluss hier. Das heißt, damit kann ich meine USB-Geräte, Handy und ähnliches von dieser 6400 mAh Batterie laden. Natürlich, dadurch verliert diese Festplatte seine Autonomie, läuft dann nicht so lang. Es hat auch die normale USB-3-Festplattenanschluss, also das kann ich direkt an der Computer anschließen und die Dateien dran erreichen. Und wir haben noch eine Einschaltetaste, wo der Gerät anläuft. Oben der Wireless-LED, er hört auf zu blinken, wenn er zu dem lokalen Netzwerk angeschlossen wurde. Und unten finden wir praktisch den HDD-LED. Durch Wi-Fi können wir das Gerät mit unserem Handy erreichen, mit der geeigneten App. Oder wir können auch durch unser Heimnetzwerk mit dem Computer alles per Wi-Fi erreichen, was auf dem Gerät drauf ist. Und jetzt gucken wir uns den Software an. Also das ist die Webseite, der Gerät zeigt. Hier kann man Akku-Ladekapazität checken. Das Gerät verbindet sich zu unserem Computer durch den lokalen Netzwerk. Es hat 4TB Kapazität und sehr wenige Daten sind erstmal drauf. Unter WLAN-Einstellungen können wir die Einstellungen für seine eigene WLAN-Server einstellen. Und wir können es noch zu unserem lokalen Netzwerk anschließen. Unter Admin ist es immer empfehlenswert, ein Passwort einzustellen. Den Spracher können wir einstellen. Wir können das Gerät per SSH oder FTP erreichen. Unter Hardware kann man auswählen, ob das Gerät in einer Art Batteriesparmodus laufen soll oder in Leistungsmodus. Ich sage mal so, der Batteriesparmodus ist nicht so viel langsamer, dass es irgendwie störend wäre. Man kann den Laufwerk sperren. Das heißt, nächstes Mal kann man den Laufwerk nur dann erreichen, wenn es per USB an einen Computer angeschlossen ist. Das Gerät verfügt über einen Plex-Medien-Server und einen Twonky-Server. Wodurch wir unsere gespeicherten Daten zum Beispiel mit einer Smart-TV direkt erreichen können. Und hier unten finden wir die Einstellungen für die SD-Karte und USB-Gerät Speicher. Das heißt, dass es automatisch den Speichervorgang starten soll. Und ob alle Elemente zu kopieren sein sollen oder nur die neuen Elemente. Und das Gerät kann seine eigene Firmware automatisch neu installieren, updaten, wenn er im Internetbereich kommt. Die automatischen SD-Kartenspeicherungen sind in der Storage-SD-Card-Imports-Folder. Da drinnen wird ein Ordner mit dem aktuellen Datum erstellt und Uhrzeit mit der SD-Karte-Bezeichnung. Und da drinnen finden wir die ganzen Dateien, was auf der SD-Karte war. Du kannst diese Geräte auf dem Internet kaufen. Ich habe das nicht von dieser Verkäufer gekauft, aber für die gleiche 215 Euro. Es ist sehr leicht zu benutzen. Es ist ein sehr gutes Artikel. Ich finde, jeder einzelne Cent von diesen 215 Euro hat es gelöhnt. Wenn euch diese Video gefallen hat, dann drückt auf den Like-Knopf, abonniert meinen Kanal und teilt diese Video mit eurem Freund. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!